Guten Morgen ihr Lieben. So sehe ich übrigens aus, wenn ich dann um 5.50 Uhr. Ja, ich weiß, wie der Spiegel verkehrt, aber ihr seid clever. Gerade vom Laufen gekommen. Schön ist was anderes, ne? Ja, ihr könnt es euch denken, diese Episode Nummer 36 kommt morgens. Dann wisst ihr, wie eure Entscheidung war. Mehr dazu gleich. Alexa, Licht an dem Wohnzimmer. Verrückt, ne? So, jetzt sehe ich zumindest halbwegs wieder aus wie ein Mensch. Halbwegs, habe ich ja gesagt. Jetzt muss doch erstmal das Klöppchen raus. Ich glaube, er sagt Guten Morgen. So, der wollte heute nämlich wieder nicht mit. Der faule Hund. Aber macht ja nichts, ne? Oh, das war die Blume. So, jetzt müssen wir hier erstmal gucken, dass wir alles zum Laufen kriegen. Nämlich Kaffee. Als allererstes brauchen wir. Oh, hier. Laufen ist noch drin. Ja, falls ihr wissen wollt, wie es mit dem Abnehmen aussieht. Nur vom Laufen passiert ja nichts. Freeletics habe ich seit drei Wochen noch nicht einmal dazugekommen. Eieieieiei. Freunde, Freunde, ich sag's euch. Man hat auch nur zu tun, ne? Man hat auch nur zu tun. So, jetzt ist der auch zufrieden. Der Kaffee läuft auch. Perfekt. Dann kann man ja mal langsam gucken, was um 6.11 Uhr hier so los ist. Ich verstehe das auch nicht. Ich weiß auch nicht, was die heutige Jugend... Ich meine, der Typ kann weder singen noch rappen. Der kann eigentlich gar nichts. Knüppelt da so viel Autotune drauf. Das könnte ich ja machen. Und ich kann weiß Gott nicht singen. Also, wer mich schon mal hat singen hören, weil ich besoffen war oder so, der weiß. Ich kann definitiv nicht singen. Und ich gebe es auch noch oft... Richtig. Ich bin also, was Singen angeht, sowas von talentfrei. Da ist wirklich absolut gar nichts zu machen. Auch wenn es Menschen gibt, die sagen, jeder kann irgendwie singen. Nein. Ich nicht. Ich nicht. Also, diese Capital Bra-Nummer, das ist ja... Gott, wie schlimm, wie schlimm, wie schlimm. Ja, und das war wieder... Ist ja Mittwoch. Das war wieder eine Szene aus unserem Podcast, den wir aufgenommen haben. Ja, und jetzt wollte ich euch ja noch zeigen, warum morgens... Na gut. Vor 12 muss ich es noch schaffen. Jetzt ist es 11.24 Uhr. Dann ist es noch morgens. Weil 52 zu 48 Prozent für morgens gestimmt haben. Also, ihr habt noch fleißig abgestimmt gestern. Und die meisten haben sich für morgens entschieden. Dann soll es auch so sein. Dann wird dieser... Dieser Podcast wollte ich schon sagen. Dann wird dieses IGTV-Experiment ab sofort immer morgens irgendwann im Laufe des Morgens veröffentlicht. Und jetzt muss ich gleich runter. Und Lulu kommt nämlich gleich. Weil Katharina ist mit Leon unterwegs. Die haben einen Arzttermin. Und ja, da muss ich gleich ein wenig Mittag machen für Lulu. So, hier. Graue Haare. Ich kriege graue Bart. Ja, muss ich ihn wohl mal wieder abrasieren. War ärgerlich, ärgerlich. Naja, egal. Demnächst wieder mehr andere Sachen. Im Moment habe ich viel zu tun. Deswegen kurz und knapp. Die Episode macht aber ja nichts. Ist alles ja nur ein Experiment. Im Laufe des Jahres werden sich die Stories bzw. die IGTV-Inhalte natürlich ein wenig ändern. Und jetzt gucken wir mal, was heute noch so kommt. Rest dann morgen. Macht es gut. Tschüss.